Ey Leute! Ach das Fenster ist noch offen. Stell dir vor, komm ich mit dem Zeug vorbei. Ey Leute! Ey Leute! Ich bin's JF und herzlich komm zu einem neuen Video. Heute werden wir mal diese ganzen Dostlöcher-Sorten... Leute, alle Dostlöcher-Sorten. Und das ganze mache ich zusammen mit Lukas. Guten Tag. Guten Tag. Ja, also alle die es bei Edeka gab, es gibt glaube ich auch noch drei oder vier mehr. Ist ja auch egal. Acht Sorten, oder? Und ja, wir haben hier acht verschiedene Sorten und die werden wir alle hier in diesem tollen Messbecher zusammenschen. Leute, wir werden ja alle Sorten wirklich, also nicht alle. Aber sehr, sehr viele. Die werden wir jetzt alle zusammen mixen. Ja, wir haben hier tolle Sorten. Hier, wir können immer alle durchgehen. Hier Banane und Sauerkirsche. Dann hier Sauerkirsche Zitrone. Zitrone mit Waldmeistergeschmack. Multivitamin, was sowieso kein Multivitamin eigentlich ist, also nicht wie normale. Äh, Apfel, Orange und Zitrone. Ja, hier ist Eistee Pfirsich und hier ist halt Granatapfel Zitrone. Das sind alle Sorten, die wir gefunden haben. Ja, also alle, die es beim örtlichen Edeka gab. Genau. Genau. Und ja, dann legen wir mal los. Ja. Wie und wie jetzt. Also das hier. Das. Ja. Müssen wir aufmachen. Ja. Ja. Wenn von jedem, du wirst euch jetzt 50 Milliliter hier rein kippen. 50 Milliliter. Also hier ist. Hallo Stock. Oh Gott. Ja, ne. Ja. Ist okay. Ist ein bisschen zu viel hier. Ja. Hier ist 50. Hier also. Es ist auf jeden Fall sehr freundlich. Der erste Geschmack ist Granatapfel Zitronengeschmack. Ja, hier Eistee Pfirsich. Und Leute, wie glaubt ihr, wie wird es schmecken? Schreibt es in die Kommentare. Ja, alle. Okay. Häh? Hier geht's. Ihr seht es nicht, aber hier geht alles dann hin. Es geht vorbei, Leute. Ja, lass so, lass so. Hör doch auf. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Hier ist die Elfte an Ihnen gehört. Der hat auch nicht aufgehört. Der dritte wird sein. Apfel, Orange, Zitrone. Oh, das ist ja alles zusammengemixt. Ja, alles gut. Das nächste, was ist das? Multivitamin. Jo. Leute, subscribt übrigens meinen YouTube-Channel. Bald kommt die Vibes-Parodie. Natürlich. Nein, ich schwör, die wird bald kommen. Mann, Alter. Alter. Okay, reicht euch. Weiter geht's. Leute, der nächste Geschmack ist... Waldmeister. Waldmeister. Die Farbe verändert sich überhaupt nicht. Ja, doch, es ist ein bisschen oranger geworden. Wenn man von oben sieht. Also, Leute, es sieht noch die gleiche Farbe ungefähr. Oh, du hast die richtig groß gemacht, die Öffnung. Ja, shit, ja. Aber hier dieser See. Leute, das nächste, was ist das denn? Banane Sauerküche. Ja, ja, stopp. Ja, jetzt. Es ändert sich überhaupt nicht mehr die Farbe. Und jetzt kommt Sauerküche Zitrone als letztes. Wie wenig da rauskommt. So. Lol, grad hat sich mega die Farbe... Oh Gott, das war... Ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Das hat... Eigentlich nicht mehr die Farbe geändert. So, jetzt können wir das ja... In unsere Becher machen. Hey, das wird schief gehen. Und dann probieren. Das wird schief gehen. Ja, hallo, ich will auch noch was haben. Dann kriegst du die Hilfe. So. Also, hier haben wir es. Hä? Das riecht von einer Kirche, ne? Kirche und... Bestimmt. Banane. Ja. Läu. Hier. Ey, es ist nicht übel so, Kirche. Ist so. Also... Prost. Ja. Ey, schmeckt auch so wie es riecht, ne? Ist halt so. Ey. Also... Ich schmeck mega noch Kirche. Also hier an... Wie heißen die nochmal an? Weser Gold. Hier, das wär ne Idee. Neue Sorten. Also einfach... Diese Sorten, die wir gezeigt haben, zusammen mixen. Dann habt ihr ne geile Sorten. Ja. Und Weser Gold auch. Das sind übrigens genau die gleichen, die auch extra. Die ist halt vertreiben und so. Also schmeckt nach Kirche. Und man schmeckt das ja eigentlich auch. Multivitamin schmeckt man auch. Ja, so ein bisschen. Ja, aber was... Was ist... Was war denn das andere hier? Kanatapfel... Doch, Zitrone auch. Zitrone schmeckt man auch. Ja, ja, ja. So ein bisschen, ja. Aber die Kirche so mega extra. Aber Apfel und so... Schmeckt man jetzt eher weniger. Eher weniger? Ja, Kirche, Zitrone und Moiti, Turbin schmeckt man am meisten. Ja, ist so. Ja. Also Leute, probiert's aus. Ja. Jeder hat vier Duslöcher bezahlt. Und eine Doritos-Packen. Ja. Hier, wir haben noch zwei Doritos-Packen. Ja. Bei Edi kam ein Angebot an, wenn das Video rauskommt, nicht mehr. Leute, 88 Cent kosten die. 88 Cent kosten die. 88 Cent, also eigentlich voll nett. Aber... Statt 1,50. Aber... Wenn das Video rauskommt, nicht mehr. Wird's nicht mehr im Angebot sein. Also Leute, habt ihr leider Pech gehabt, ne? So, also... So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich einen... Magen! Daumen nach oben. Oh, das war gut. Ja, das war heftig. Ähm... Fazit. Schmeckt auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es schmeckt nicey, Leute. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch mal zu Hause nachmachen. Und Visa Gold natürlich auch. Die müssen's machen. Die müssen's machen. Die müssen's machen. Also... Wenn ihr... Hier oben drauf klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr mal Nachricht. Ich hab die Glocke aktiviert. Ja. Er hat sie aktiviert und... Leute, ihr müsst's machen. Manfred... Manfred... Eul Schikens, oder wie der heißt. Ja, stimmt. Glocke ist an, Alter. Glocke ist an. Also, du bist eine Legende. Äh, nee. Und... Wenn ihr irgendwo hier drunter oder so draufklickt, dann könnt ihr noch Lukas Kanal abonnieren. Da irgendwo, ja. Und... Irgendwo seht ihr noch ein anderes Video. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und ciao. AuPsssss. Upssss. U przyss-s-s-s-sch. Uffs. Uffs. Jau. Uffs. 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 Uffs.